Und wieder einmal herzlich willkommen zurück zu meinem Oblivion Let's Play. Ja, ich habe es im letzten Part doch tatsächlich geschafft, die letzten beiden noch wichtigen fehlenden Zutaten für das Heilmittel gegen den Vampirismus aufzutreiben. Zum einen das Agonia-Blut und zum anderen die Asche von Hindaril, einem sehr mächtigen Vampir, der aber trotzdem gegen mich keine Chance hatte. Und ich habe Melisande jetzt alle Zutaten gegeben und es sind auch schon 24 Stunden jetzt vergangen. Genauso lange hat sie nämlich gesagt, dass sie brauchen würde, um das Heilmittel herzustellen. Und jetzt bin ich hier wieder zurück beim Erpelgrund und hoffe natürlich sehr, dass das Heilmittel dann auch wirkt. Willkommen, willkommen! Ich habe etwas für euch! So, sag bloß, da ist das Heilmittel gegen Vampirismus dabei. Das Heilmittel, das ihr braucht, ist fertig! Ich bin mit den Ergebnissen sehr zufrieden. Die Partie ist größer als ich dachte. Ich habe genug für zwei Dosen des Tranks. Wenn ich mich nicht irre, ist diese Dosis schon jemandem versprochen. Solltet ihr jemals noch eine Dosis brauchen für den persönlichen Gebrauch, halte ich sie für euch bereit. Unsere Arbeit ist hier getan. Ihr solltet euch auf den Weg machen. So, Quest aktualisiert. Heiltrank gegen Vampirismus sind zugefügt. Und Heilmittel gegen den Vampirismus sind zugefügt. Ja, das eine ist jetzt für mich selber und das andere ist ja für die Frau von Graf Janus Hasildur. Na dann, dankeschön! Ihr habt das Heilmittel schon. Solltet ihr das nicht irgendwo hinbringen? Äh, ja, ja, natürlich. Kennst du noch Gerüchte? Die Bewohner von Nebenei halten sich für zivilisierter und kultivierter als die Kolovianer. Naja, auch egal. Also, vielen, vielen Dank, liebe Melisande. Du bist ja doch nicht so schlimm oder schrecklich, wie ich dachte, ne? Nur weil es ja mal eine Hexe gewesen ist oder so. Egal. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Endlich, ich hab's geschafft, Freunde. So, das heißt, ich muss jetzt nur noch mehr, ähm, naja, wisst schon, nach Skingrad. Wobei, ich glaube, bevor mir da jetzt wieder irgendwas passiert wegen der Uhrzeit, ne? Also, bevor ich da jetzt wieder Sonnenschaden oder so nehmen sollte, werde ich vielleicht gleich mal meinen eigenen Trank einnehmen. Also, wie gesagt, das eine ist ja, glaube ich, sowieso hier drüben. Genau, hier der Heiltrank gegen Vampirismus. Vampirismus, das ist das, was für die Frau des Grafen bestimmt ist. Und das andere ist ja hier unter dem normalen Tränken zu finden. Heilmittel gegen Vampirismus. Lebensenergie wiederherstellen 500 Punkte auf sich selbst. Magie wiederherstellen 500 Punkte auf sich selbst. Ausdauer wiederherstellen 500 Punkte auf sich selbst. Und kuriert Vampirismus für eine Sekunde auf sich selbst. Ja, dauerhaft hoffentlich. Also, befreien wir uns endlich von diesem scheußlichen Äußeren und von diesem, ja, einfach von dem ganzen Vampir da aus. Also, Prost Mahlzeit! Ah, es wirkt! Seht mal, ich sehe wieder so aus wie vorhin. Wunderbar! Ah, ich bin wieder normal. Ich bin endlich kein Vampir mehr! Super! Aber, ich meine, klar, dadurch sind jetzt auch die ganzen Vorteile wieder weg. Aber das macht nichts dafür. Auch kein Sonnenschaden mehr, kein Feuerschaden, kein gar nichts. Nur das, was ich vorhin schon hatte. Ich bin wieder ein ganz normaler Mensch. Also, ein ganz normaler Bretone. So soll es sein. Und jetzt bekommt natürlich noch die Gräfin ihr Heilmittel. Also, auf nach Schloss Skingrad! Na, seht ihr? Wenn ich hier angekommen wäre, wäre ich sogar voll in Flammen wieder aufgegangen. Deswegen habe ich mir gedacht, nee, ich trinke das lieber gleich. So. Gut, dann muss ich, glaube ich, sowieso wieder mit Halljurz sprechen, damit ich zum Grafen kann. So, mal gucken, ist sie hier? Ja, sie ist hier. Gleich da vorne. So. Abermals willkommen. Habt ihr eure Aufgabe für den Grafen bewältigt? Ich habe das Heilmittel. Ja, das scheint so. Der Graf wird sich freuen. Bitte folgt mir. Gut, dann werde ich ihr mal folgen. Mal sehen, wo sie mich hinführt. Aha, okay. Es geht scheinbar kurz nach draußen. In den Schlossgarten. Schlosshof. Hallo, es macht Tempo hier. Aha, okay. Hier geht's rauf. Der Graf wartet da drinnen auf euch. Bitte trödelt nicht. Hä, wo denn? Oh! Wow, cool. Eine Geheimtür. Das ist ja geil. Wo geht's denn hier lang? Alte Holztöte zu Kammer der Verlorenen. Ui, ui, ui. Na, das klingt ja sehr mysteriös. Okay, irgendwo hier unten? Hey, das sieht aus wie eine Gruft. Oh, da sind sie. Moment mal. Melisande? Was machst du denn hier? Und da sitzt der Graf und das muss die... Das muss die Gräfin sein. Jetzt ist keine Zeit, Kleines. Der Graf wartet auf euch. Äh, ja. Jederzeit. Rona Hasildo, ey, die liegt hier... Die liegt schon wie tot in dem Bett. Kann man aber auch gar nicht ansprechen. Okay, also. Ich bin wieder da. Die Zeit wird knapp. Das Heilmittel muss so bald wie möglich verabreicht werden. Bitte gebt es mir. Melisande hat sich einverstanden erklärt, Rona so lange wieder zu beleben, bis sie den Trank zu sich genommen hat und dann endlich in Frieden ruhen kann. Wenn ihr still seid, dürft ihr bleiben. Nun tretet zur Seite. Okay. Ich kann sie für kurze Zeit erwecken. Ihr müsst rasch sein. Okay. Sie lebt wieder! Rona, mein Schatz. Es ist Zeit aufzustehen. Äh, ja. Was? Janus? Bitte nein. Lasst mich schlafen. Bitte. Lasst mich schlafen. In Ordnung. Es ist alles in Ordnung. Ich bin gekommen, um euch endlich Frieden zu bringen. Ich darf mich ausruhen? Wirklich? Ja, mein Lieber. Trinkt das. Es wird euch gut tun. Oh, Janus. Danke. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Geht nur. Ja, und jetzt? Na super, hey. Sie ist ja wieder tot. Ich kann die Leiche plümmen? Nicht schlecht. Was hatten die dabei? 233 Gold und ein Jade-Ring. Das Gewand lasse ich mal lieber an. Aber okay, scheinbar ist sie jetzt wieder menschlich geworden. Sie ist jetzt als Mensch gestorben. Still, Kind. Das ist ein ernstes Problem. Alter, nämlich nicht Kind. Bist du wahnsinnig? Meine Frau, meine geliebte Frau. Jetzt ist nicht die Zeit für Gespräche. Gebt mir einen Tag Zeit, um ihre Angelegenheiten zu ordnen. Sprecht morgen mit Halljurz. Bitte lasst mich in Frieden trauern. Oh, ähm, ja, natürlich, selbstverständlich. Bitte geht. Gut, dann werde ich jetzt mal gehen. Also, das ist schon irgendwie traurig. Also, sie wurde nur ganz kurz wiederbelebt, dass sie das Heilmittel einnehmen konnte, dass sie zu einem normalen Menschen wiedergeworden ist. Und dann ist sie jetzt quasi als Mensch gestorben. Aber sie ist, glaube ich, immer noch besser, als ein Vampir zu bleiben oder irgendwie so. Sie ist ja eh ins Koma gefallen. Also, von daher war das kein wirklich schönes Leben. Und jetzt muss ich halt nochmal einen Tag warten und dann mit Halljurz sprechen. Und dann kriege ich vielleicht sogar noch irgendeine Belohnung. Also, so ein kleines Dankeschön. Wirklich nicht kleber aus. Na klar, sehe ich kleber aus. Das weiß ich doch so. Okay, ähm, gut, dann warte ich nochmal 24 Stunden am besten. Dann ist wirklich genau ein voller Tag vorbei. Und dann... Ja, ist schon irgendwie traurig, muss ich sagen. Aber kann man leider nichts machen. So ist das Leben. Wartet hier. Ich melde dem Grafen, dass ihr auf ihn wartet. Ja, das ist schön. So. So, ne. Gut, sie geht ihn ja von dort hinten holen. Dann werde ich hier einfach mal warten, bis er kommt. Und dann noch einmal mit ihm sprechen. Und dann... Dann war es das mit der Quest um das Vampirheilmittel. Das ist schon interessant. Also, ich habe jetzt ein Fläschchen bekommen, um mich selber zu heilen. Das andere war ja jetzt für Rona Hasilo, für seine Frau. Aber er selbst hat ja auch von sich gesagt, dass er keine Probleme damit hat, ein Vampir zu sein. Und... Naja, er hätte rein theoretisch natürlich auch was von dem Mittel einnehmen können, dass er selber wieder ein Mensch wird. Aber... Scheinbar war ihm das egal, ob Sache seiner Frau hat das Mittel geholfen. Und mir natürlich. So, wo ist denn jetzt der Graf? Hallöchen! Die nächste Wirtin. Aber sie führt ein gutes, sauberes Gasthaus. Das Westebene mag ich, aber die Inhaberin würde ich meiden. Schönen Tag! Lebt wohl! Es ist gut, euch zu sehen. Es freut mich, euch wiederzusehen, mein Freund. Ich kann euch nicht genug dafür danken, dass ihr mir geholfen habt, Rona aus diesem schrecklichen Zustand zu befreien. Ich hoffe, sie hat den Frieden gefunden, den sie so sehr ersehnte. Ich möchte euch eine Belohnung für eure Bemühungen anbieten. Eine Belohnung? Wirklich? Kennst du Gerüchte? Kann sein, dass Andel in Daris seine Frau umgebracht hat, kann aber auch sein, dass es ein Unfall war. Ich bezweifle, dass wir das je herausfinden. So, also. Was ist denn meine Belohnung? Es scheint, ihr wurdet selbst vom Vampirismus geheilt. Ich kann euch dabei also nicht helfen. Aber ich kann euch eine hübsche Summe Geldes anbieten. Nochmals danke. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Nun, da ich weiß, dass Rona nicht mehr leidet. 7500 Gold. Boah. Das ist wirklich großzügig. Also da sage ich recht herzlich Dankeschön. Wir sehen ja, er hat immer noch rote Augen. Also er bleibt weiterhin ein Vampir das ganze Spiel über. Aber ja, wie gesagt, das war's. Graf Hasildur dankte mir für das Heilmittel für seine Frau und Quest beendet. Auch ihr. So, jetzt ist er auch schon wieder weg. Ja, Freunde, das war's mit der Quest um den Vampirismus und auch um das Heilmittel ja vor allem. Also ich bin jetzt wieder ein ganz normaler Mensch, ein Bretone. So wie es sein soll. Jetzt habt ihr mal gesehen, wie das abläuft. Aber es war schon eine ziemlich traurige Story, muss ich sagen. Also was da so gewesen ist, ne, mit Rona Hasildur und dass die ja Probleme damit hatte, ein Vampir zu sein. Ich meine, hey, wer wäre das schon gerne von euch, ne? Also kann ich mir für mich auch nicht vorstellen. Muss ja furchtbar sein. Und ja, wie gesagt, das hatte jetzt nichts mit der dunklen Bruderschaft oder irgendwie sonst zu tun. Das war wirklich eine in sich abgeschlossene Quest, die aber doch sehr interessant war, muss ich sagen. Und ja, jetzt kann's eigentlich wieder mit der dunklen Bruderschaft weitergehen. Das heißt, ja, kann mich eigentlich wieder umziehen. Am besten gleich mitten im Schloss. Es ist nur hier so, dass jeder sieht, dass ich hier die dunklen Bruderschaft angehe, obwohl die checken das ja eh nicht. Die sind eh so doof, dass die das nicht merken. So, an dem Moment hier. Das und das. So, und halt jetzt hier wieder meine eingehüllte Rüstung und Kappe. So. Gut. Also, ich weiß gar nicht, hatte ich eigentlich noch diesen Gott-Modus? Ne, ne, den hatte ich eh nicht hier. Passt schon, passt schon. Ist okay, das wollte ich nur kurz überprüfen. Ähm, ja. Gut, dann, Leute, es geht wieder weiter mit der dunklen Bruderschaft. Wobei ich ja jetzt erstmals endlich in diese versiegeln Befehle reinschauen werde. In diesen Brief, den ich ja bekommen habe. Direkt von Lucien Lachance persönlich. Hier. Befehle von Lucien Lachance. Die werde ich jetzt mal lesen. Und dann werde ich mal gucken, was zu tun ist. Assassine. Kann die Bedeutung eurer raschen Ankunft in der Erfestung Faragut gar nicht stark genug betonen. Es sind unsichtbare Mächte am Werk, um das Gefüge der dunklen Bruderschaft zu zerstören. Die schwarze Hand verlässt sich auf euch, um diese Katastrophe zu verhindern. Teilt den Inhalt dieser Nachricht niemanden mit Schardinalheiligtum mit. Auch nicht Oceva. Und erwähnt eure Reise zur Erfestung Faragut mit keinem Wort. Lasst euch außerdem warnen. Meine Zuflucht innerhalb der Erfestung Faragut wird bewacht von Wesen, die jeden Eindringer auf der Stelle angreifen. Kommt an diesen halbverwesten Wächtern vorbei und ihr habt euch gewiss das Recht verdient, mein privates Heiligtum zu besuchen. Lucien Lachance. Interessant. Gut. Ewige Dunkelheit, das ist jetzt... Achso, naja gut, das ist jetzt das, das, das. Von Geheimnissen und Schatten. Genau. Ja, wie gesagt. Gelesen habe ich sie. Das heißt, ich muss jetzt zur Festung Faragut, die hier irgendwo sein muss. Ja, hier. Das heißt, am besten Schattenal-Ost-Tor und dann, wo das irgendwie aussynthete, als müsste ich nochmal zur Zuflucht. Na ja gut, kann ich trotzdem machen, aber ich darf es ja wie gesagt mit keinem Wort erwähnen, wo ich wirklich hingehe. Ah, jetzt. Na bitte, so hat sich aktuell diese Karten-Markierung hinzugefügt. Ich habe die versiegeln Befehle von Lucien Lachance gelesen. Ich soll ihn in der Festung Faragut treffen. In der Wildnis nordöstlich der Zuflucht der dunklen Bruderschaft anscheinend hatte eine besondere Aufgabe für mich. Na also. Geht doch. Genau das habe ich ja gemeint. So, Festung Faragut ist gleich da vorne. Ja, Festung Faragut. Es gibt da übrigens einen kleinen, naja, Trick würde ich es jetzt nicht unbedingt nennen, aber es gibt einen anderen Eingang in diese Festung, wo man direkt bei Lucien Lachance ist, wo man nicht an diesen komischen Wächtern vorbei muss. Das werde ich euch nämlich zeigen, weil ich habe ehrlich gesagt keine Lust angegriffen zu werden, wobei da vorne steht so ein fetter Oger. Was macht der hier? Und der ist ziemlich klein, oder? Ist das ein kleiner Oger? Okay, nee, das ist doch ein großer Oger. Klein können die gar nicht mehr sein, hallo? Ich bin so stark. Fettes Schweine, kommst du her? Alter. Komm her. Komm her, du fettes Schwabel. Oha, Lebensenergie ist schwach, heiliger Scheiße nochmal. Das ist jetzt nicht schön, ich habe nicht vor zu sterben. So. Alter, jetzt kommst du mal her, ja. Missgeburt. Das kommt davon. So, Ogerzene, zwei Goldmünzen. So, und natürlich Lösche. So, weg ist er. Alter, er hat mich jetzt ganz schön überrascht hier. So, also wie gesagt, hier hätten wir die Festung Pfarrer. Gut. So. Mal sehen, ob hier jetzt noch irgendwelche anderen Gegner sind hier draußen. Irgendwie hier so, vielleicht, irgendwer. Nö. Also, wie gesagt, das hier wäre der normale Eingang. Also da, wo das Spiel jetzt halt, ne, da, gehst du rein. Aber, ich sage mal, Spiel, leck mich an de Poppes. Ich nehme einen anderen Eingang, und zwar gleich hier drüben. Ist ein ziemlich hohler Baumstumpf mit einer Falltür. Und genau hier werde ich jetzt nämlich reingehen. So. Schwups. Genau hier unten, ja. Falltür zur Festung Pfarrer. Gut, und wenn man hier reingeht, ist man sofort bei der Schance und umgeht eben diese Wächter. So. Da ist er nämlich schon. Seht mal, normalerweise hätte ich dort drüben vorbei gemusst. Aber, ich kann sogar eigentlich auch hier jetzt mal den Hebel ziehen. Dass das Fuhr hier trotzdem aufgeht. So. Was haben wir denn hier alles? Was hast du denn hier Schönes und eher nicht so Schönes? Eine schwierige Truhe, die wird gleich mal geknackt. 57 Gold. Was haben wir denn hier? Ein... Öhh. Ein menschliches Herz. Ist das eklig. Aber nehme ich mal mit. Hier ist noch ein menschliches Herz. Ey, wie krank ist der Typ eigentlich? Eine Tollkirsche. Übelkeitsgift, schwach, schwaches Beschwerdegift. Ein schwaches Lähmungsgift. Okay, Destillationsgaben des Novizen, das ist eher nicht so meins. Ein sehr schwer verschlossenes Fass. Okay, das lasse ich vielleicht mal lieber. Ähm, habe ich hier sonst noch was? Na klar, was haben wir hier unten? Lederhandschuhe. Einen Silberdolch. Ein schwieriges Schmuckkästchen. Komm schon, mach auf! Goldene Halskette, sechs Goldmünzen. Hier ist noch ein Buch. Die fünf Gebote. Gut, die kennen wir eigentlich schon. Die anderen Sachen sind eher unwichtig. Was ist hier drin? Hier ist nichts drin. Was haben wir noch hier drin? Eine Zange. Nicht schlecht. Kann ich ja für später mal brauchen. Für sehr, sehr viel später immer noch. Bisschen Reis. Reis ist lecker. Einen Pinsel und einen Steinbraucher eher nicht so sehr. Was haben wir hier noch? Eine Allraunenwurzel. Knoblauch und Tabak. Gut, ich bin eh nicht Raucher. Habe auch nicht vor anzufangen. Eine Flasche Dunkelbier, einen Apfel, ein Käsesstück, eine Zwiebel. Was haben wir hier noch? Einen Heiltrank, dann einen Krankheitsheilungstrank und ein Bett. Werde ich mich gleich mal ausruhen. Hier ein Stündchen Penn. So, voller Lebenssinnige. Und jetzt spreche ich mal hier mit dem Chef. Wir haben euch erwartet, Assassine. Wir haben lange nicht mehr miteinander gesprochen. Aber ich habe eure Erfolge in der dunklen Bruderschaft genau verfolgt. Daher habe ich euch rufen lassen. Ich fürchte, wir haben eine etwas heikle Angelegenheit. Die Zeit ist gekommen, eure Fertigkeiten und eure Treue zu Sittis unter Beweis zu stellen. Die schwarze Hand hat erfahren, dass ein Spion in die dunkle Bruderschaft eingeschleust wurde. Wir wissen noch nicht, für wen er tätig ist und was er zu bezwecken versucht. Wir wissen jedoch, dass eine Verbindung zwischen dem Verräter und der Zuflucht in Schattenal besteht. Der Verräter hat diesen Ort auf irreparable Weise befleckt. Der Verräter treibt schon länger sein Unwesen, schon bevor ihr der Bruderschaft beigetreten seid. Ihr seid daher über jeglichen Verdacht erhaben. Okay. Wartet, ihr könnt doch unmöglich meinen, dass... Oh, aber das tue ich. Ihr wurdet von der schwarzen Hand auserwählt, den alten Ritus der Reinigung durchzuführen. Jeder in der Zuflucht muss sterben. Ihr müsst gegen einen der Glaubenssätze verstoßen, die zu halten ihr geschworen habt. Ich weiß, dies kommt unerwartet, aber ein solch drastischer Schritt ist nun notwendig. Oceva, Vicente Valtieri, Antoinetta Marie, Gogron-Gobolmog, Telendril, Rajda und Teinava. All diese Mitglieder der Familie müssen sterben. Ab sofort seid ihr nicht mehr durch die fünf Gebote gebunden. Sitis wird jeden Mord und jeden Diebstahl vergeben, solange ihr nur der schwarzen Hand dient. Wenn der Ritus der Reinigung abgeschlossen ist, dann kehrt zu mir hier in Festung Faragut zurück und wir werden über eure Zukunft sprechen. Empfangt nun diese speziellen Geschenke. Sie werden euch eine große Hilfe sein. Zunächst hätten wir da einen vergifteten Apfel, dann eine einzigartige Rolle mit einem Beschwörungszauber. Viel Glück, Ruhigsteller. Oh, also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Quest angefügt, die Reinigung. Vergiftete Apfel hinzugefügt. Rufios Geistbeschwören hinzugefügt. Aber wie, wie, aber warum? Ich glaube das nicht jetzt. Vergifteten Apfel? Sind wir hier bei Schniewittchen oder was? Der Apfel wurde mit einem tödlichen Gift behandelt. Wer ihn isst, wird wahrscheinlich auf der Stelle tot umfallen. Um den Apfel einzusetzen, beseitigt einfach alle anderen Nahrungsmittel und lasst stattdessen den Apfel zurück. Wenn es jemand nach Essen gelüstet und er in den Apfel beißt, tot. Ganz schön hinterhältlich. Und hier diese ätzigartige Schriftrolle der Beschwörung? Ihr erinnert euch doch an Rufio, den gebrechlichen Greis, mit dessen Tötung ich euch ganz zu Beginn beauftragte. Im Leben war er schwach, doch im Tod ist er rasend. Mit der Schriftrolle könnt ihr den wütenden Geist Rufios zur Unterstützung anrufen. Er wird erscheinen, seinem Ärger an euren Feinden freien Lauf lassen und sich dann wieder auflösen. Interessant. Ja, aber diese Reinigung, ich glaube das jetzt nicht. Die dunkle Bruderschaft ist ein alter Bund. Es gibt sie bereits seit tausenden von Jahren. Mitunter sind drastische Maßnahmen erforderlich, um unser Überleben zu garantieren. Die Reinigung ist eine der extremsten Maßnahmen, die wir zu ergreifen gezwungen sind. Nur zweimal wurde sie angewandt, bislang. Die fünf Gebote sind die Gesetze, die uns leiten und schützen. Doch mitunter müssen sie gebrochen werden, um die Unverletzlichkeit unseres Glaubens zu schützen. Bei der Reinigung wird Misstrauen und Verrat aus der dunklen Bruderschaft gefegt. Die Gefallenen werden sie Tiss als Zeichen der Treue geopfert. Und hoffentlich wird dabei auch der Verräter getötet. Bis die Reinigung abgeschlossen ist, kann keine Zuflucht als sicher angesehen werden. Tja, wenn es wirklich nicht anders geht, dann muss ich es wohl tun. Beeilt euch! Diese Zuflucht muss gereinigt werden, wenn dieser Verrat rückgängig gemacht werden soll. Wir sehen hier, das ist so ein Skelettgesicht, ein Schädel, dem eine Hand vorgehalten wird, eine Krone auf dem Kopf hat und noch so eine schwarze Kapuze übergezogen hat. Das ist halt jetzt eben ein Ruhigsteller, das bin jetzt ich. Aber wie gesagt, Freunde, ich werde den Part mal beenden. Es klingt wirklich echt extrem, aber es muss wirklich getan werden, um innerhalb der dunklen Bruderschaft weiterzukommen. Nein, weil es gibt noch einige Quests für mich zu erledigen und bevor ich das nicht gemacht habe, geht es nicht weiter. Also bleibt mir leider nichts anderes übrig. Das heißt, ich muss jetzt wirklich, aber das werde ich wie gesagt erst im nächsten Part machen, alle anderen umbringen. Es müssen wirklich alle anderen Mitglieder sterben. Er hat sie alle aufgezählt und dadurch soll natürlich auch der Mörder ebenfalls getötet werden, weil ja niemand weiß, wer dieser Verräter ist. Also quasi so, um auf Nummer sicher zu gehen, müssen halt alle sterben, auch wenn die anderen alle unschuldig sind. Aber das ist wirklich ziemlich krass. Also das ist, glaube ich, die allerkrassste Wendung innerhalb der dunklen Bruderschaft. Also damit hätte bestimmt niemand gerechnet. Und als ich Oblimen das Alter erst einmal gespielt habe und zu diesem Punkt gekommen bin, hätte ich das ehrlich gesagt auch nicht gedacht. Aber so ist es nun mal. Aber gut, Freunde, wie gesagt, noch werde ich mit niemandem sprechen und noch werde ich hier niemanden umbringen. Das mache ich dann erst im nächsten Part. Also, macht euch dann bereit für den nächsten Part, wo hier ein richtiges Massaker stattfinden wird. Aber das ist dann erst im nächsten Part. Macht's gut, Freunde. Ciao.